Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war C-Gaming, Flo wieder am Start, wir haben heute Donnerstag, eine weitere Squad-Bending-Challenge steht an, Road to the Final, Promo ist immer noch am Start und wir haben heute die 84 plus Player-Pick Squad-Bending-Challenge raus und wir wollen uns heute die Frage stellen, Top oder Flop SBC? Wir werden heute einige von diesen Player-Picks auf jeden Fall hier in diesem Video öffnen, außerdem wie jede Woche Donnerstag die Top-Party in SBC natürlich etwas mal genauer anschauen und wir wollen mal rein starten in das Video, lasst gerne ordentlich Liebe da, 500 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus, lasst uns die so schnell wie möglich voll machen, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin immer noch kränklich, ich hoffe nichtsdestotrotz, dass ihr ordentlich Support und Liebe da lasst auf dem Video, hier gibt es nämlich täglichen FIFA 22 Content und wenn ihr nicht zwei runden FIFA verpassen wollt, dann seid ihr hier genau an der richtigen Stelle, wenn ihr es also noch nicht getan habt, holt es gerne nach, einfach einmal kostenlos unten die Glocke zu aktivieren, der Glockengang hinzukommen und der Archie Gaming Army sehr, sehr gerne auch. Also, mich wird es freuen, wenn ihr täglich dabei seid, lasst gerne Watchtime da und dann würde ich sagen, starten wir rein in den Zielen, haben wir heute nichts großartig Neues, irgendwas mit Squad-Battles, absolut uninteressant. Wir haben heute Donnerstag wie immer Top-Attien am Start und die Frage der Fragen, ist jetzt endlich noch dieser 30. Token in Bezug auf Future Stars eigentlich aufgetaucht? Die Antwort, nein. Die Antwort, ein ganz ganz klares Nein. Lasst mich gerne mal eure Meinung wissen, ob dieser einen Token für euch noch notwendig war. Es gibt ja noch einen Meilenstein durch diese Academy-Geschichte und so weiter und so fort, da bei Chawola einen zu ergrinden, falls ihr den also noch nicht gemacht haben solltet und den Token noch nicht habt. Dann könnt ihr da noch theoretisch einen abholen. Sonst aber, und das wollen wir hier im Tauschsegment einmal sehen, sehen wir jetzt für 23 Stunden sind die Rewards noch da. Ich werde sie abholen und vielleicht entweder morgen dann am Freitag öffnen oder, das wäre die andere Option vor Freitag, ich werde sie auf jeden Fall aufnehmen, was ich in meinen Packs habe. Ich werde wahrscheinlich, ja, hier auch auf Packs gehen, auf welche genau, ich werde nochmal durchschauen, wie viele Token ich gesammelt habe, aber auf jeden Fall für die nächsten 24 Stunden sind die Rewards hier noch da. Falls ihr also noch Token in eurem Verein haben solltet, dann ist jetzt der Zeitraum da, die nächsten 24 Stunden zu nutzen, um euch hier die Rewards abzuholen. Dann vergesst das bitte nicht. Ja, das wollte ich ganz am Anfang dieses Videos auf jeden Fall loswerden, dass ihr Bescheid wisst und es nicht vergesst, eure Token abzugeben. Denn, äh, wenn das hier abgelaufen ist in 23 Stunden, dann könnt ihr wirklich nicht mehr mit den Token anfangen. Ja, jetzt geht es weiter zu Squad-Bending-Challenges. Da haben wir heute einige am Start und da geht es los mit der 84-Plus-Spielerwahl. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren bei YouTube hier wissen, was habt ihr eigentlich gezogen aus der 84-Plus-Spielerwahl-SPC? Macht ihr die SPC überhaupt? Macht ihr sie nicht? Wenn ja, warum? Wenn ja, warum nicht? Und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich heute dreimal, oder drei Auswahlen zur Auswahl bei der Play-Up-Big-Geschichte. Gefällt mir sehr gut. Wir haben 24 Stunden Zeit. Natürlich nicht wiederholbar, wie wir das Ganze kennen, ja. Und wir müssen Folgendes abgeben. Lasst uns mal direkt reingehen in die SPC. Ihr seht es hier einmal. 82er-Gerated-Squad haben wir da am Start mit 65 Team-Schmie. Mega easy. Ja, wieder ein bisschen ärgerlich. Zwei Team-Of-The-Weeks. Aber meine Empfehlung natürlich an euch ist folgendes. Untradable Team-Of-The-Weeks natürlich hier loszuwerden. Bei mir auch. 2,77er-Gerated-Team-Of-The-Weeks. Und das geht auch klar bei dem 82er-Gerated-Squad. Ja, ihr seht hier viele 81er, 82er, 83er. Ein paar Einnahmen mit dabei. Und dann haben wir 85er noch on top. So, das dürfte ja alles grundsätzlich untradable sein. Wir gehen mal das Ganze einmal kurz durch. Jawohl. So sieht das Ganze hier aus. Untradable, untradable, untradable. Okay. Belotti, 81er-Rating ist tradable. Das ist aber kein Problem. Ich denke, 82er-Gerated-Squad geht auf jeden Fall klar. Wir können uns über die zwei Team-Of-The-Weeks aufregen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, es ist ein Versuch wert. Ja, macht die SPC einfach. Wenn ihr sie nicht machen wollt, kein Problem. Dann lasst die Finger halt weg. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall sein Glück einmal versuchen. Ja, man kann sich darüber aufregen. Aber wir sind hier vielleicht bei 35.000, maximal 40k. Aber ihr werdet auf jeden Fall diese Low-Rating-Team-Of-The-Weeks im Verein haben, wenn ihr die letzten Wochenenden ordentlich gegrindet habt. Und die letzten Wochen und Monate vor allen Dingen. Ja, und ein 82er-Gerated-Squad, seien wir ehrlich, wird kein Problem für euch darstellen. Das müssen wir ganz klar so sagen. 84er-Spielerwahl, Player-Pick ist da. Und wir sehen hier oben, 40 Prozent, nur Daumen nach oben bei Footbinder. Also wir sind bei wirklich weit unter 35.000, also eher Richtung 30k das Ganze. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Und dann gehen wir gleich noch in die Top-10-SPC. Die lohnt sich sowieso immer. Jetzt aber erstmal erste Player-Pick von, ich weiß nicht, Mauer C, Mauer C, Mauer 20. Ich weiß noch nicht, wir schauen mal rein. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Nummer 1. Oh mein Gott, da ist einer am Start, Freunde. Let's go, man hat's direkt gesehen. Ein LaFont, Team of the Week LaFont. Wäre auch natürlich nice, aber wir haben einfach einen Sanchez. Oh mein Gott, let's go. Der ist doch safe mehr wert, oder? Als 30k. Also alles andere würde mich jetzt hier wundern. Ah, perfekt. Hier ist einmal zu sehen. Perfekt. Okay. Er ist wirklich bei 30k. Oh mein Gott, er ist bei 30k. 4 Sterne, 3 Sterne. Den nehmen wir natürlich mit. Den nehmen wir natürlich mit. Ist doch klar. Die Live-Karte. 88er Sanchez. Da freue ich mich sehr drauf. 4 Sterne, 3 Sterne. Das ist eine Hocharbeitsrat. Na gut. Aber die Sets sehen sehr, sehr nice aus. 99er Spro. Let's go, Freunde. Also da sag ich nicht nein. Special-Karte Nummer 1 aus Player-Big Nummer 1. Und so kann das natürlich sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne weitergehen. Ich bin nachher gespannt, ob das Dortmund spielt. Sag ich euch ehrlich. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ob Dortmund auch weiterkommt oder nicht. Top-18-SBC. Aber auch der Hauptstart. Die lohnt sich immer. Als Gruppenreward haben wir diese Woche ein Prime-Gold-Spieler-Pack am Start. Und dann sehen wir hier insgesamt 4 SBCs. Wieder easy game. Chelsea gegen Liverpool. Lazio gegen Neapel. Und dann haben wir Sevilla gegen Betis. Und wir haben Alkmaar gegen Feyenoord. Ja. 81er, 79er, 77er und 75er-Graded-Squad zum Abgeben. Das könnt ihr ganz entspannt innerhalb der Woche jetzt hier machen. Gerne auch schon heute, wenn ihr Bock habt. Und ihr seht, die Sets sind auch noch am Start. Also 5 wunderbare Sets, wo man einfach nichts gegen sagen kann. Ja. Alle wunderbar Trailable. 5 Sets. Muss man auf jeden Fall mitnehmen. Äh. Kann ich euch nur werfen, jetzt fehlen. Top-18-SBC. Und das sind die einzigen 2 SBCs, die heute am Start sind. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die nächsten Player-Picks. Ich habe Bock, weitere Road to the Final-Karten zu ziehen. Let's go. So, Freunde. Nächster Player-Pick. Und da sehen wir schon mal nix. 85er, 2 Stück und ein Jimenez. Und ich habe hier eben mal Parallel aufgemacht. Gut. Und Liverpool ist natürlich gegen Inter-Mailand am Start. 2-0 schon vorne. Also, ob Sanchez da noch ein weiteres Abkirchen kriegt, keine Ahnung. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, immer auf die Live-Karte gehen. Äh. Man weiß nie. Ein Wunder ist immer möglich. De Vrij, Hakimi, Kriminez jetzt hier in Player-Pick Nummer 2. Und er nimmt Hakimi und wir gehen in Player-Pick Nummer 3. Let's go. So, Freunde. Player-Pick Nummer 3. 84er und da ist ein, oh mein Gott. Wie bei mir, LaFont in der Mitte und rechts die Special-Karte. Es ist aber Romero. Und da würde ich auf jeden Fall Romero. Komplett uninteressant für mich persönlich. Ich würde auch LaFont mitnehmen. Er ist zum einen SBC-Futter-Team of the Week. Schön high-rated. Kann man aber auch wunderbar spielen. LaFont generell eine gute Karte für das Tor. Und damit rein in Player-Pick Nummer 4. So, Player-Pick Nummer 4. Oh mein Gott, Kamara. Wir haben hier tatsächlich die Conference League. Kamara ist am Start. Da noch Jesus, Navas und Foden. Ich denke, da ist die Auswahl mehr als logisch. Und damit direkt in Pick Nummer 5. Bei einem Kamara sind wir tatsächlich bei 42.000 Münzen. Also, das ist doch sehr, sehr nice. Kamara als Special-Karte auf jeden Fall zu ziehen. Teurer als die SBC. Und hier jetzt Player-Pick Nummer 5. Die nächste. Was ist denn hier los? Aus 5 Player-Picks haben wir einfach 3 Road to the Final-Karten. Ey, was ist denn los? Die ist ja richtig OP. Was ist da denn los? Schau mal, Schlei. Die sind ja gerade dran. Wir können mal gerade in den Live-Ticker gehen. Es steht immer noch 0 zu 0. Gegen Real-Suidenten, Cedat und Leipzig. So, Player-Pick Nummer 6. Und so, wie ich es der Zufall will, hat Leipzig gerade das 1 zu 0. durch Orban geschossen. Oh, hier haben wir immerhin den Walkout noch. Handanovic, Player-Pick Nummer 7. Let's go. Player-Pick Nummer 7. Über das Handy einmal. Also, auch da könnt ihr gerne das Ganze beisteuern. Kommt ja noch rum. Twitch.tv. Oh mein. Äh, Emre Can. Emre Can auf jeden Fall. Also, selbst ohne Upgrade. Mega Allrounder in der Hülle-Gang. Ey, Freunde, was ist denn hier bitte los? Emre Can. So, Freunde. Der nächste Player-Pick Nummer 8. Es lief eben so gut am Handy. Deshalb versuchen wir es hier nochmal. Player-Pick 8. Was haben wir diesmal am Start? Oh. Aber ich mein's. Ey, zwei große Walkouts. Kroos und Casimiro sind am Start. Da sagen wir nicht nein. Und dann gerne die nächste Road to the File-Karte. Let's go. Player-Pick Nummer 9. Mal wieder übers Handy. Und dann geht's gleich direkt ins 10. Also, bis jetzt haben wir 50% Road to the Final Trefferquote. Hier wird's jetzt wieder ein 86er Kasteel. 86er Walkout. Eben Handanovic gewesen. Das heißt, jetzt hoffentlich nochmal. Dann haben wir 50% Trefferquote. Ein Road to the Final zum Abschluss. Let's go. Player-Pick 10. Wir kommen. Jetzt heißt es nochmal Daumen drücken für den Road to the Final. Ey, da ist ja tatsächlich Illichit am Start. Und damit haben wir, wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Wir können gerade nochmal auf den Preis schauen. Äh, hab ich jetzt richtig mitgezählt. Dann haben wir aus 10 Player-Picks tatsächlich 5 Road to the Final Karten am Start. Alle 3 Wettbewerbe am Start gehabt. 36.000 Münzen. 5 Sterne. 4 Sterne. Also Illichit auf jeden Fall die letzte Road to the Final Karte. Hey, hat mich extrem gefreut. Alle, alle am Start gehabt. Alle Wettbewerbe. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was hattet ihr in eurem Player-Pick? Lasst mich wissen in den Kommentaren. Damit soll es gewesen sein. Euer Flo von Archie Gaming. Bis morgen. Und euch weiterhin Pecklack. Also, euch einen spannenden Fußballabend. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute. Ciao, Leute.